In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes and tell you that I want you You know you make me feel so alive, can't stop thinking about you day and night Love it when you kiss me, love it when we touch, every time I'm down here you make me smile You're the solution You are, 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 you are You are the solution, you are the solution You are, 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 you are You are the solution, you are the solution You're everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly Thinking about your day and night I love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution You are the solution You are, you are, you are So, Indem, ich habe gerade die Küche aufgeräumt Und habe mich umgezogen Ich habe einfach ein ganz altes Oberteil an Was heißt alt? Ein Jahr Von H&M war das Da habe ich ein extra Haul gedreht Jetzt mache ich mich fertig, weil wir müssen einkaufen gehen Bei uns gibt es heute Kumpels Und wir brauchen noch die dicken Dinger, ne? Die dicken Kadoffeln Ich habe die Wäsche angeschmissen Aber dann kommt ihr zu Hause Ich wollte eigentlich zu Friseur Aber dann hat er ein bisschen so glatt vorgelegt Und manche in die Morgen früh Direkt ans Erbstes Ist natürlich besser, als wenn man jetzt drei Stunden da warten muss Hätte ich ehrlich gesagt gleich noch drauf Und sonst Hat mir eine Freundin geschrieben Dass es bei dm auf alle Duftsets 50% gibt Genau, ich mache mich jetzt fertig Ich habe gestern geduscht, aber habe meine Haare nicht gekämmt Deswegen mache ich das jetzt Hadi, kommst du? Ja, dann müssen wir eigentlich für Silvester noch ein paar Sachen kaufen Die wollen ja auch ein bisschen was mitnehmen, wenn wir zu Freunden gehen Aber Aber Dann meinte die Sachen Also für Silvester die Sachen holen wir heute bestimmt Aber die Sachen Na, für zu Hause holen wir morgen Weil Jetzt ist bestimmt nur nicht frisches Obst da Wo meine Augenringe Ich weiß nicht, was wir Frauen ohne Concealer machen würden Also die, die keine Augenringe haben, können echt froh sein Und Leute, seitdem ich dieses Eisen nehme Ich habe so Bauchkrämpfe abends Also richtig heftige Bauchkrämpfe Also Ich muss mich wirklich richtig verkrampfen Und Oh, das ist so schlimm Was könnt ihr mir empfehlen, statt Eisen Weil ich habe total Eisenmangel Weil das liegt bei uns in der Familie Meine Mutter hat das ja auch Mein Opa auch Mein Opa hat auch total die Augenringe Guck, guck Guck, guck Schatz Hallo Hi Du musst nicht umziehen Hey, du zieh mal deine Klamotten aus Nina hat noch ein bisschen Schnupfen Nina hat immer noch eine verstopfte Nase Obwohl ich Muttermilch rein Tröpfeln lasse Aber Ja gut Dann könnt ihr jetzt auch nichts ändern Mehr als wie Das kann ich gerade nicht machen Mir ist wichtig, dass sie nachts gut schläft Weil nachts haben wir Mütter immer Angst Naja, ich mache jetzt meine Haare kurz Und danach würde ich sagen Melde ich mich Ich zeige euch immer unseren Einkauf Fällt mir gerade auf Immer wenn wir einkaufen gehen Gefällt euch das eigentlich Oder soll ich das immer extra ein Video machen Ich finde, wenn man es im Vlog mit einbaut Finde ich das besser Außerdem zeigt man dann Produkte Die man vielleicht vorher nicht kannte Ich gucke ja auch immer wieder gerne Foodhalls Und dann kann man die Sachen nachkaufen Und es gibt definitiv sehr viel Essenszeug Was ich schon nachgekauft habe Durch diese ganzen Foodhalls Man sieht total anders aus Wenn man einmal die Haare so glättet Naja, ich mache mich jetzt wie gesagt fertig Und danach melden wir uns Ich hoffe mal, dass wir in den Arkaden filmen können Wir fahren ja wenn dann da hin Aber ich melde mich bei euch Ich muss auch noch die Schminke für meine Schwägerin abholen Ich habe hier 6 Paletten bestellt Also A-Shadow Paletten Also die 2 hier machen jetzt Sandwiches Jetzt habe ich Tabasco vergessen Wo ist mein Kopf, ihr? Bei A-Shadow Paletten Darf übrigens seitdem ich schwanger bin War nirgendwo Tabasco fehlen Ich habe auch vorher scharf gegessen Aber nicht so oft wie jetzt, Schatz Du tust das überall rein, sogar in Eier Guck mal, wenn ich diese andere Schaf esse Wenn man später auf den Klo geht Dann hat man Schmerzen Aber bei Tabasco nicht Das ist der Grund, warum ich Tabasco Schmerzen oder Bremsen Ja, Schmerzen Man hat einen sehr starken Schmerzen Nein, Linus? Bei dir ist das auch so Vor allem Lina, ne? Lina, ich muss deine Haare zumachen, ne? Ne Doch Natürlich, guck mal wie du aussiehst Aratsch Ne Aratsch Lina ist übrigens wie ihr Vater Sie isst alles Alles mit Knoblauch Schmeckt die Knoblauchwurst? Beide, beide Die eine wird aggressiv, wenn sie Hunger hat Und die andere Das Gute ist, die haben alle schlechte Sachen von mir Ja, dann kannst du dich beleidigen Bis zum geht die Schmerzen Das ist gut Was heißt, du hast nichts Gutes? Da, 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 da 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 Da, da, da Da, da, da Moment Moment Oh, guck mal wie es runtergekommen ist Oh, guck mal wie es runtergekommen ist Wenn wir gehen, mach mal so Hey, guck, 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 guck Guck, 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 guck Guck, 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 guck Willst du die da zeigen? Was machst du da? Zeigst du deine Küche? Oh, guck mal wie es runtergekommen ist Lea, du hast einen Kosti hier Lea, du hast einen Kosti hier Ha, 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 ha Da, da Da, da 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 Warte, warum mein Kost vården? Hast du auch 5 Kulatsch? Lass du das auf dem Teller tun? Ja gut, ja. Kierse Leute, Kierse. Willst du Orangensaft trinken dazu? Warte, geht da mal weg, das ist heiß. Schatz, du weißt, Orangensaft ist sehr, 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 sehr giftig. Giftig? Ich schwöre, wir haben das Thema heute mit Orangensaft, also Zucker, ich meine ja. Okay. Diese ganze Süßigkeit, weißt du? Ich muss ja diese Eis und Tablette mitmachen. Und diese Jogurten von Nina. Wir müssen gar nichts mehr essen. Ein Lauf, das du zu dir einnimmst, ist voll gesund, du Isen. Nein, ich sag gar nicht, warte, warte, mach nicht. Im Gegensatz zu dem, was du isst und bringst, ist das, was Nina isst. Paula, ich hab mir heute überlegt, ich würde nicht, kannst ich erreichen. Wie war das? Ich, 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 ich! Was? Nein. Nein. Ich sag aber das. Ja. Heißt der, heißt, Papa, heißt Mama. Ludwig? 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 Ludwig. Das heißt, wenn du heute um 8... es läuft die Kamera noch. So, ihr Lieben. Ähm, ja, ich zeig dir immer wieder meinen Einkauf, das wisst ihr ja mittlerweile. Wir waren bei DM. Der Karada auch bei, ähm... Rebe. Ich zeig euch mal ganz kurz, was wir holen haben. Einmal Küche holen. Das darf nie bei uns fehlen. Dann viermal Fanta Exotik, die kostet bei Kaufland 2,50 pro Dose. Und beim Türken nur 69 Cent. Also wir haben jetzt nur Sachen, also wir haben nichts Frisches geholt. Weil wir morgen zu Kaufland fahren. Dann haben wir einmal für Audet Sucuk. Ey, jede Woche holen wir eine Packung für dich, ne? Mashallah. Dann hole ich die eigentlich mal für mich, aber wer ist das? Mir wird das erst meine Kaffee. Ja. Also dreimal Schokoketze. Joni, Joni, jetzt Lina. Dann hat Lina einmal Eier bekommen. Hey, ich liebe es! Oh ja, klar. Oh ja, klar. Oh ja, klar. Arabisches Brot zweimal. Ja, ja, ja. Oh ja, oh ja. Dann Milka mit Rosberry-Ele. Das ist für Audet, ich mag das nicht. Nicht rein, nee. Dann zweimal als Thronkuchen. Ich finde, das schmilzt voll aufgezogen, ne? Also, wenn wir das aufmachen, dann ist das innerhalb nicht mehr zwei Stunden weg. Ja. Also, willst du auch sehen? Ja. Bitte schön. Dankeschön. Kommt ihr? Ja. Nein. Danke, danke, danke. Dann fünfmal Olium. Zweimal Kastanien Kfarina. Dann eine Packung Kaffee, was arschteuer ist, 5 Euro, obwohl pro Kaffee zahlst du 50 Cent ist okay, oder? Einmal Schrazzatellakuchen, Warte langsam, Anne, langsam, zweimal Waschmaschinenpflegereiniger, warte wenig. 2 Zitronen, 2x Tonfisch, einen Satz, eine Granate für Felina, 2x Sonnen, 2x Sonnen, aber Baba muss das gleich aufnehmen, ja? Nochmal eine Zitrone, Lina, bringst du mir die Fanta? Ja, dann einmal Gefügelfleischwurst, eine 2. Willst du essen? Lina, guck mal, was ich geholt habe. Nochmal Kastanien, nochmal Schokokekse, dann unser Zahnpasta, wir benutzen immer die hier. Ja, wir müssen Pompas wechseln. Einmal ein Zahler. Hast du Kacke gemacht? Ja! Hast du Kacke gemacht? Wie sie mich anguckt. Nur dich guckt sie so an, mich guckt sie normal an. Baba! Baba! Noch mal Schokokekse? Mhm. Einmal Bamia, das sind Okraschoten, würde ich dir mal fragen. Schatz, geh mal. Baba, essen! Willst du essen? Ja! Ja, komm mal, warte bis Andi fertig ist, dann Andi macht ihr das auch, ja? Mal Zwiedelchen. Drei Mal Fruchtschnitte, Apfel, Banane, das ist für Lina. Lina, willst du dir einen Pompas, Baba? Einmal Kartoffeln für unser Kumpi. Brichst du deine Schwester einen Pompas? Apfel! Und dann Vanillespray, ich hoffe, der riecht gut. Das ist ja? Ja. Einmal Kichererzen. Mama, ich geh! Aber nur eine, nicht ganzer Papa. Dann für unseren Kumpir gleich dieses Gold-Mais-Texas-Mix. Nochmal Kumpir. Noch ein Waschmaschinen-Pflegereiniger. Dann einmal für unseren Glaskeramik-Feld ein Glaskeramik-Reiniger. Einmal ein Backofen- und Grillreiniger. Wir benutzen ja immer diese Sprays. Ja, Schatz? Da auch ein PC. Warte, lass mich hier erstmal aufhören und dann okay. Und das letzte eine Cola, das war's. Eine Dua. Dua? Was mit Dua? Ah, ich bin ein PC. Ja, bitte. Ich werde die. Ja, ich bin ein PC. Ich bin ein PC. Ich bin ein PC. Ich werde die gobierno überrascht. Ich war das nicht mehr. Ich bin ein PC. Ich bin ein PC. Das ist es, ich bin ein PC. Ich bin ein PC. Ich bin ein PC. Carpet now Million dollars in the rise, in the rise We're aiming for the headlines, headlines Names created on neon signs, neon signs Oh yeah We're just saying yeah We're just going oh We're just shouting hey Cause we're all in this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it We're gonna be X-rated And tonight we're gonna party Like there's no tomorrow So take a picture and remember It's gonna be X-rated We're on top tonight So wir haben gerade lecker gegessen Lea habe ich gerade gestillt Sie schläft jetzt mit ihrem Papa im Schlafzimmer Und ich male jetzt mit Lea Und ja Voll viele fragen immer wie ich Kupi mache Leute Also ich kaufe ganz normale dicke Kupi Und wenn die dann doch nicht zu groß sind Dann nehme ich halt noch ein zweites mit rein Ja und dann könnt ihr das befüllen mit was ihr wollt Mit Nudelsalat Mit Kisselt Also Bulkosalat Oder sonst was Also nicht was ihr wollt Und wir malen Ja wir malen jetzt Ja Und danach kommt da Kräuterkraft drauf Vom Kaufland Gibt's auch bei Rewe und Edeka Was soll ich malen? Lina Ja da steht Lina Ja und morgen gehen wir dann halt normal einkaufen Ich muss gleich eine Einkaufstiste machen Ne Schatz? Ja Und gleich gehst du baden? Ja 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 Ich habe heute in meiner hinteren Hosentäche 10 Euro gehabt Beim Handy rausholen Ist dir dann rausgefallen Das hat mir so weh getan Ich dachte mir so Hätte ich lieber diese 10 Euro gespendet Aber wäre dir nicht runtergefallen Kennt ihr das? Auch wenn es nur 10 Euro sind Ist doof Aber egal Ich hoffe es hat irgendjemand das Geld gefunden Der das Geld auch wirklich benötigt Die Akkaden waren nämlich rappelvoll Also jeder ist Er war mit einem Gutschein unterwegs Ich glaube jeder zweit hat mit einem Gutschein bezahlt Nicht nur mal Und Geschenksets gab es nicht mehr Wir sind aber auch spät hingegangen Wir waren ja erst um 15 Uhr da Mama da Ja Aber Leute ich kann euch raten Ähm Bei C&A gibt es wohl ab dem 4. bis zum 6. Juli 50% Auf alle reduzierten Artikel Also die 20% die es jetzt gibt Die würde ich erstmal so lassen Oder ihr geht am Ihr kauft jetzt was ein Und geht hier am 4. hin Gebt die Sachen zurück Und kauft es dann nochmal neu Ist das asozial nie oder? Ich habe heute aber nichts gekauft Ich kaufe erst was Wenn es wirklich 50% auf die reduzierten Sachen gibt Und wenn nicht dann hole ich halt nichts Ja ich male jetzt was Schönes Wir malen jetzt ein Haus Okay Ja Baum Du hast mich angemalt glaube ich Guck mal halt mal den Stift so Bitte das ist gefährlich Da So Das ist das Dach So jetzt malen wir eine Tür Wohin kommt die Tür Wo hin kommt die Tür? Da Da unten So Und zwei Fenster Und ein Schornstein Jetzt malen wir eine Banane Und ein Schornstein Bohnen 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 Ja Mann Malen Das sind Bohnen So Handschuhe Ja Handschuhe Und was ist das? Hm Rot Ja Was ist das? Eine Wolke Ja So ihr Lieben Ich habe gerade gekauft Und zwar gibt es bei uns Hähnchen mit Brokkoli Und dazu meinen beliebten Reis Und ich habe mit Lena einst Thronkuchen gemacht Mit dem alten konnte ich ja nicht backen Aber mit dem kann ich jetzt backen Ich habe dann jetzt etwas auskühlen lassen Und wollte dann da drauf Ähm Das Thronkuchen machen Genau Guck mal, da sind echte Rosenblätter drauf So ihr Lieben Wir waren gerade einkaufen Und haben Lokum gekauft Schaut mal Das sind frische Lokums Die sehen super lecker aus Das ist in Mülheim Also Da die Straße von der Kolbstraße Und der Laden heißt Kaira Sutan Da Für die, die jetzt fragen werden Könnt ihr einen Screenshot machen So Dann fahren wir bei Kaufland kurz Ja, lieber Weil wir wollten nicht morgen oder übermorgen Äh, morgen oder Montag einkaufen gehen Da wird es bestimmt richtig voll Ja Hier Schatz Falsch 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 So, da haben wir gekauft Einmal für Lena diese Früchte Regeln Lena hat nämlich die von gestern auch gegessen alle Dann einmal die hier Die waren im Angebot Falsch Für Lena gab es einmal Joghurt von Mickey Mouse Danke Einmal Nilsch Danke Dann einmal Joghurt mit der Ecke Oh, Moment Dann nochmal Mülmaus Ja, kannst du essen Gibst du mir das? Dann zwei Packungen Knallerbsen Für die Kinder Ich weiß gar nicht, ob wir viele haben das ist Achso Unter zwölf Jahren verboten Ups Lena hat jetzt mal die Hälfte erreicht Ja, okay Dann machen das die Eltern Äh Ich trau mich auch nur das an Silvester mehr nicht Das haben wir jetzt zweimal gekauft Dann eine Chocoladensäure Ich bin ja, guck mich nur böse Wenn sie sagen, reibig ist, ne? Dann nochmal Minimaus Und zweimal noch Joghurt mit der Ecke Was, krass, warum machst du dein Mut wieder auf? Dann haben wir hier Joghurt mit Petroni Eine reine Milch Warte mal die Guacca Dann haben wir einmal Egg Baggins Willst du sie jetzt essen? Ja Fräuterbutter Aber auch hatte ich Hunger Los Kühlbutter zu nehmen Ich schmeiß das weg, ja? Willst du essen? Willst du essen? Kann ich essen? Ja Dann zweimal die Fake Midlachs Ich schwöre, du hast recht Wir zeigen immer wieder dasselbe Möchtest du das? Ja, merkt man, wie das Leben langweilig ist Ja? Dass wir immer wieder das Gleiche machen Immer wieder Immer wieder Kühlbutter Außer du bist Millionär Du essst jeden Tag Draußen Und was man isst Kicks Oder mal in Spanien Kakao Aber ich will wirklich kein Millionär sein Würdest du das wollen? Würdest du das wollen? Wolle ich Ich werde mit ihr leben Ja Warum nicht? Ich nicht Warum nicht? Hast du Geld hast du Probleme? Hast du kein Geld hast du Probleme? So ist das Leben Das Leben ist ein Hohen Hohen Einmal Gouda Dann habe ich für dir SAP Simplex gekauft Bei der Apotheke Und falls das nichts bringen sollte Werde ich Biagaya Biagaya heißt das Geflücht nehmen Jetzt nehme ich meinen Heber mal im Ton Aber das nehmen wir jetzt erstmal Was hast du Lust auf Kiwi? Äh du weißt den, das kriegt Ausschlag Dann Brokkoli Bio Was kriegt sie? Ausschlag am Popo Wie Ausschlag am Popo? Ja sie kriegt ja einen roten Popo dadurch Dann Nutella Kiwis Dann einmal Brechbohnen Rischbohnen Sorry Eine Gurke Und WC-Risch Ich finde die Rüchen gar nicht so schlecht Hättest du die Brokkoli auch vom Popo? Dann haben wir hier einmal Rösti Und Mandarinen Ja Nein, reicht Du hast den ganzen Tag nur nichts geguckt Die hat 80% von deinem Internet verbraucht Dann einmal so ein Backkick Du gehst auch gleich schlafen Essen dann Joghurt Dann gehst du schlafen Okay Komm an Dann einmal pikant Gewürze Was ist das Schatz? Was ist das? Chicken Barbecue Blablabla Das hast du schon mal gekauft Ne? Ja Dann noch eine Cola Und zwei Red Bull Das war es auch Wir haben ja nicht gekauft Und ich weiß auch nicht ob das euch das interessiert Dass ich jetzt mal unser Einkauf zeige Und ich glaube das wird eher so ein Food Haul Video Aber ich finde es interessant wie gesagt Ich würde auch sagen ich beende das Video jetzt hier Damit ihr mal rauszuschauen habt Und bis zum nächsten Mal Ja Tschüss